Jo, hallo zusammen, der Chris von den Konsolenprofis am Start. So, zweiter Versuch. Nachdem wir ja an diesen ganzen Freaks gescheitert sind in der letzten Folge, versuche ich jetzt hier endlich mal durchzukommen. Und ab geht's. So, hier durch. Tür auf. Wir gehen hier durch. Weiter, 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 komm mal rüber. Durch. So, komm runter jetzt. Jawohl. Sehr schön. Nicht nach hinten schauen, weil wir werden hundertprozentig verfolgt. Und ich denke jetzt mal, rechts ging's nicht weiter, links sieht's auch nicht danach aus. Wir rennen jetzt einfach mal in das Haus gegenüber hier, in das da. Schnell, weil es sind ja überall welche. Es bringt ja nichts. Komm, 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 komm. Durch, durch. Oh Mann, es sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Vorerst. 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 So, irgendwo eine Batterie oder was? Das gibt es doch nicht. Und jetzt? Und jetzt? Wo bin denn? Hey. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Ich glaub's nicht. Raus, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Was? Was? Achso, ja. So, durch, 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 durch. Runter, runter. Und jetzt? Und jetzt? Die Tür. Okay. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Das Regal, das Regal. Ich muss das Regal schieben. Komm, komm, komm. Ja, komm. Nein, er kommt! Was machst du denn? Los, geh doch da runter. Geh. Oh, nein. Und tschüss. So. Auf, hier runter. Mach das scheiß Nachtsichtgeräte an. So, hier durch. Geh doch! So, wie kann ich jetzt interagieren drücken? Nee, geht nicht. Geh nicht, oder? Oder muss ich... Doch, Mensch, geh doch mal ran. Schieb! Ja, 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 ja. Weiter, weiter. Okay, okay, okay. So. Komm da. Kommt der, kommt der hinterher? Nein. What? Geh, lebt. Was ist hier los? Ach, du Scheiße. Uah. Hey, wenn die mich jetzt anspringt, ja? Lebt doch nicht mehr. Doch, die lebt. Ja, noch? Alter. Ja, eine heftige Magen-Darm-Verstimmung. Wer ist da los? Boah. Was ist hier? So, und jetzt? Was jetzt? Hä? Ich glaube, das ist hier, wo die Magik passiert. Oh, wie pervers. Oh, wie pervers. Oh, das könnte wehtun. Okay, außenrum. Außenrum. Ja. Ah, shit. Komm auf, du schaffst das. Und nicht nach unten gucken. Ich bin, du schaffst das. Und doch, du schaffst das. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht wohin Leute, ich weiß echt nicht wohin, hier, da rein, ich habe keinen Plan und so ja ja alles klar okay und so und jetzt macht doch eine mensch ja 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 auf 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 rein so und jetzt gib Gas los man nochmal nochmal wo 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 Boah, Leute. Was? Durchgehend. Okay. Okay, kurz durchschnaufen. Ganz kurz durchschnaufen. Okay, weiter geht's. Ja, super. Okay, weiter geht's. Okay, Verband haben wir. Okay, die Batterie ist auch gleich wieder leer. Es läuft. Okay, Verband haben wir. Alter, hoffentlich bist du tot. Alter, hoffentlich bist du tot. Alter, hoffentlich bist du tot. Okay, ich glaube, da geht's. Da geht's hoch. Okay, gucken, ob hier noch was war. Ja, machen wir uns mal die Treppe rauf. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und versuchen hier unser Glück. Okay, hier können wir eine Tür öffnen. Ja komm, dann machen wir das auch. Wäre ja zu schön gewesen. Okay, dann geht's weiter. Okay. 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 Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Was ich noch mal machen kann, ich schiebe das Ding an, dann kommt sie ja. Und dann versuche ich noch mal hier unten durchzuklettern und mit der Hoffnung, dass er... Ne, okay. Was? Ja, okay. Oh! Aha! Sack ab! Na denn? Ja komm, ein Versuch noch, oder? Ich gehe erst noch mal hier durch, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne, also hier ist schon mal gar nichts. Hier ist gar nichts. Die war abgeschlossen. Da hinten ist ja auch nichts. Hier gehen wir eigentlich schon wieder außen weg. Jetzt mal gleich da vorne. Das war's, das heißt. Tja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So. Einen Versuch starten wir noch. Ja. Es gibt ja nur eine Möglichkeit. Ja. Ja. Komm. Ich hab das Ding noch nicht mal in der Hand, ey. Komm, ich roll sie über. Ey. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Also hier erstmal rein. Erstmal rein. Was? Ich komm noch nicht mehr mehr durch. Was ist denn das für Käse? So. Und jetzt das Problem ist... Ja. Ich halte mich noch schnell. Es bringt zwar wieder mal nix. Boah. Warte mal. Verstecken? Ja. Tschüss. Okay. Ja, okay. War ein schlechter Schell. Alles klar. Wohin jetzt? Alter. Naja gut. Wir werden die Lösung finden. Definitiv. Vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch auf die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank.